Ja, ich zeige Ihnen in diesem Video, wie man sich in einem Forum anmeldet und etwas schreibt. Zuerst melden Sie sich an mit Ihrem Anmeldename und mit Ihrem Kennwort. Und dann suchen wir den Kurs. Ich habe mehrere Kurse, aber unser Kurs ist Deutsch Niveau A1. So sollte das aussehen bei Ihnen. Und im Moment sind wir in der Lektion 7. Gehen wir runter zu 7. Das Thema ist Berufe. Und wir möchten gerne etwas im Forum Berufe etwas schreiben. Also klicken wir drauf. Das Thema ist Beruf in meinem Umfeld, privat und beruflich. Da klicken Sie drauf. Da erscheint die Aufgabe noch einmal. Notieren Sie alle Berufe und schreiben Sie die auf. Wie schreibe ich jetzt etwas in einem Forum? Sie klicken einfach auf Antwort. Und in diesem Feld, Mitteilung, schreiben Sie die Berufe auf, die Sie sehen. Und das zu speichern, klicken Sie auf Beitrag absenden. Und Sie haben 30 Minuten Zeit, das zu ändern. Das ist das Resultat. Nicht sehr interessant und ich möchte das gerne ändern. Und zu ändern, klicke ich auf Bearbeiten. Und somit kann ich das ändern. Und ich schreibe mal, ich sehe einen Polizisten beispielsweise. Und so weiter. Wenn ich das gemacht habe und fertig bin, dann klicke ich auf Änderung speichern. Und Sie sehen, dann kommt Ihr Lernresultat. Und so schreiben Sie bitte, versuchen Sie die Berufe aufzuschreiben, die Sie beruflich oder privat in einer Woche begegnen. Und dann schauen wir das Resultat nächste Woche an. Viel Spaß beim Ausprobieren und eine schöne Woche noch.